Guten Morgen, wir beschäftigen uns weiter mit dem, was auf der europäischen Ebene passiert. Gestern haben wir uns die Parlamentsposition ein bisschen angehört, haben dann quasi auf einem Podium gesehen, dass die europäische Ebene vielleicht im deutschen Kontext nicht ganz so eine große Rolle spielt, vordergründig, auch wenn nachher alle zustimmen, dass das Europarecht schon wichtig ist. Wir haben uns von der Tagungsleitung natürlich entschieden, dem den entsprechenden Raum zu geben, weil es eben mehr als nur wichtig ist. Das ist der Teil, der unser Arbeitsgebiet bestimmt. Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, von der Kommission und vom Europäischen Gerichtshof Personen zu bekommen, die darüber sehr kompetent berichten können. Einerseits ganz zu Ihrer Linken, Florian Geier, den viele hier natürlich kennen, weil er seit Jahren zu den Hohen Heilmer Tagen kommt, der in der DG Home gerade Referatsleiter geworden ist. Und seine Aufgabe ist, die neue Kommissarin zu briefen über die Verhandlungspositionen der einzelnen Mitgliedstaaten. Und wer könnte deswegen da besser berichten über die Zukunft des GEAS und Ende der Spaltung, um welchen Preis? Weil da geht es genau darum, wo sind die ganzen Positionen, wo sind Verhandlungspositionen? Diese Fragen, dazu wird er uns gleich was sagen. Und zwischen uns, Alexandra Rüth vom Europäischen Gerichtshof, die dort seit 13 Jahren arbeitet, viele der Urteile geschrieben haben, mit denen wir uns beschäftigen, und sich relativ kurzfristig bereit erklärt hat, hier einzuspringen. Wir sind sehr dankbar, dass Sie da sind. Sie ist auch deutsche Volljuristin, wie Florian Geier auch, und wir haben hier gerade noch gescherzt, dass beide noch eine offene Doktorarbeit haben, dass es kommt dann, wenn man irgendwie in den europäischen Institutionen arbeitet, vielleicht ein bisschen zu kurz, da sehen Sie dann auch was über den Arbeitsdruck. Aber ich freue mich sehr auf das Panel und würde dir gleich das Wort geben, Florian. Guten Morgen, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen, das ist immer das Highlight des Jahres, das besprechen wir ja jedes Jahr, dass das das Highlight des Jahres ist, ist es aber in der Tat so. Der Titel des heutigen Morgens, die Zukunft des GAS, Ende der Spaltung, um welchen Preis? Das ist Fragezeichen. Das ist das, was im Programm steht und über das wir heute Morgen reden sollen. Das ist natürlich eine hervorragende Frage und eine Frage, und das muss ich schon gleich hier am Anfang vorwegnehmen, über die man im Moment noch am Vorverhandeln ist, also die Frage des Preises. Ich werde hier nicht sehr viel dazu sagen können, was jetzt tatsächlich der Preis sein wird, weil eben alles noch in den Anfängen oder gerade, wenn Sie wollen, in der Höchstphase dessen ist, was an Dingen sind, die noch nicht sozusagen öffentlich sagbar sind. Aber natürlich, man kann immer wieder fragen, was kann man denn schon sehen, worauf kann man schon eingehen. Wir haben Tine Gestrick gestern Abend gehört, da haben wir die Position des Parlaments gehört und da können wir anknüpfen, es gibt doch viele Dinge, über die man schon reden kann, jetzt hier und auch Dinge, die man dann vielleicht auch im Podium später zum GAS weiter vertiefen kann. Aber vielleicht, wenn wir uns nochmal den Titel anschauen und fragen, dieses Fragezeichen am Ende, um welchen Preis, das setzt ja im Grunde schon viel voraus. Und vielleicht war bei der Titelfindung, hätte man dieses Fragezeichen auch ein bisschen an anderen Stellen setzen können. Zum Beispiel, Zukunft des GAS, Ende der Spaltung, Fragezeichen. Oder sogar schon früher, Zukunft des GAS, Fragezeichen. Das sind, wenn wir da gestern Tineke gehört haben, könnte man überlegen, sind wir denn, das war ja relativ pessimistisch, du hast ja gesagt, es ist naiv zu glauben oder idealistisch zu glauben, dass wir überhaupt sehr weit werden kommen können. Von daher, es sind im Grunde drei Fragezeichen in diesem einen kurzen Satz drin. Und da will ich anknüpfen, aber bevor wir anknüpfen, sozusagen gleich in die Tiefen reingehen, nochmal einen Blick zurück auf das letzte Jahr, seitdem wir uns hier in Hohenheim zusammengerottet haben, was ist passiert, in den ganz groben Zügen. Natürlich sind wir, das braucht man nicht verheimlichen, in den Verhandlungen in der Tat nicht viel weiter gekommen, als es noch eben das Asylpaket gewesen ist und wir darüber diskutiert haben. Wir haben ja die fünf Vorschläge, die fast schon fertig sind und es fehlen nur noch die zwei und lass uns noch mit den fünf vorangehen und dann sind das die sieben und dann kommt noch die Rückführungsrichtlinie dazu und sind das dann acht und was ist denn jetzt das Paket und packen wir das Paket aus und packen wir das Paket ein. Also das war ja die Diskussion, über die wir letztes Jahr auch in den Räten, in Brüssel, im Parlament noch geredet haben. In diesem Bereich sind wir nicht viel weiter gekommen als das, was wir schon wussten. Wo man weiter gekommen ist, wo sich die Mitgliedstaaten und das Parlament einigen konnten, auch in den letzten sozusagen Metern noch, bevor es dann in die Europawahl gegangen ist, das war zum einen auf die Revision des Visa-Kodex. Das ist ja auch wichtig hier für die praktische Tätigkeit. Der tritt jetzt, Anfang Februar tritt diese Revision in Kraft. Man konnte sich einigen auf die große Flagship-Innovation, wenn Sie so wollen, aber das ist eine Innovation, die natürlich auch aus Hohenheimer Sicht eine ist, die sagt, die ist ja nur repressiv, das weiß man auch, deswegen konnten sich die Mitgliedstaaten ja auch darauf einigen. Die Frontex 3 sozusagen, also den Aufbau der Europäischen Grenzschutzagentur, eben bis zum Jahr 2027 auf 10.000 Grenzschützer, die einsetzbar sein sollen und die auch mit einem neuen Mandat ausgestattet werden. Und dann natürlich ein Punkt, der vielleicht weniger präsent ist hier in Hohenheim, aber der durchaus wichtig ist und das ist das große Projekt zur Interoperabilität. Das zielt darauf ab, alle existierenden EU-Datenbanken und mit denen arbeiten manche aus jeweiliger Sicht auch, also das Schengener Informationssystem, das Visa-Informationssystem, Eurodac, das zukünftige Entry-Exit-System für die Visa-freien Einreisenden und das zukünftige ETIAS, das ist sozusagen die europäische Version des amerikanischen ESTA, also sozusagen, dass man sich vorher online anmelden muss, wenn man in die Vereinigten Staaten einreisen will, ohne dass es jetzt ein echtes Visumsverfahren ist, das wird es in Zukunft auch geben und alle diese Datenbanken sollen interoperabel sein, sodass man finden kann, ob jemand mit falschen Identitäten reist oder es schon Hits, sozusagen Einträge gibt zu den jeweiligen Personen, damit dort keine Lücken entstehen in diesen Datenbanken. Alles datenschutzrechtlich abgesichert und wie gesagt, das Parlament hat dem auch zugestimmt und das muss umgesetzt werden. Also das sind die Dinge, die man noch vor Ende der Legislaturperiode erreicht hat und dann, glaube ich, was man auch nicht unterschätzen soll, eine wichtige politische Entwicklung, die gerade auch von Deutschland vorangetrieben wurde und das ist die Malte-Erklärung. Tinecke hat sich schon angesprochen. Die Malte-Erklärung wird von manchen Kleinen geredet, gesagt, ja, das bringt ja wieder nichts und das ist ja nur sozusagen Symbolpolitik, aber ich denke, bei der Malte-Erklärung muss man sich wirklich vor Augen halten, was das Ziel der Malte-Erklärung gewesen ist und wer die Akteure der Malte-Erklärung gewesen sind. Das Ziel war eben, den ersten Schritt zu machen, um diese unsäglichen Vorgänge, dass jedes einzelne Schiff, das ankommt, sozusagen eine diplomatische Krise auslöst und Telefondiplomatie hervorruft zwischen den Mitgliedstaaten, koordiniert durch die Kommission, wer denn jetzt wie viele Personen nimmt und jedes Mal wurde sozusagen von neu aufgerollt. Jedes einzelne Schiff musste von neu diskutiert werden und dass sich dort Malte und Italien, Deutschland und Frankreich, also sozusagen die Staaten, die eigentlich ganz nah dran an diesem Thema sind, aber aus Konträrpositionen sich einigen konnten auf einen Text, den sie gemeinsam unterschrieben haben, mit dem Ziel natürlich, dass mehrere Mitgliedstaaten dem folgen werden, zum Beispiel diesem Mut. Das ist, glaube ich, ganz wichtig gewesen. Das war September, Oktober, also auch in der Phase, in der im Grunde die Kommission und Brüssel in der Übergangsphase gewesen ist, was natürlich die Dinge auch nicht einfacher machte. Aber wie gesagt, das ist wichtig und da liegt ein Kern dessen, wo man vielleicht auch in die Zukunft schauen kann, auch wenn es natürlich bislang, aber man darf die Hoffnung hier aufgeben, vielleicht nicht den ganz erhofften Effekt erzielt hat, dass jetzt zehn mehr Mitgliedstaaten sich bereit erklärt hätten zu sagen, das ist toll, dann machen wir mit. Aber man kann schon sagen, dass es trotz allem, auch wenn es nur die vier sind und vielleicht so ein paar, die immer wieder dabei sind, es hat schon den Effekt gehabt, dass das Thema, die Boote im Grunde aus den Presseschlagzeilen draußen sind und es im Grunde jetzt mehr oder weniger läuft. Also wenn ein Schiff kommt, dann macht Italien nicht die Häfen zu und das wird hin und her geschickt zwischen Malta und Italien, sondern es funktioniert, die Schiffe kommen immer noch an und es funktioniert ohne, dass es, wie gesagt, jetzt immer ein Drama sein muss. Wenn man absieht von diesen Dingen, die eher eben auf der rechtspolitischen und auf der gesetzgeberischen Ebene sind, die Lage in, die reale Lage, wenn Sie so wollen, in Europa, was die Migrationsbewegung angeht, ist eigentlich ganz okay, wenn man nur auf die Bewegung schaut. Wir sind jetzt im Jahr 2019 bei ungefähr 139.000 Grenzübertritten, unkontrollierten Grenzübertritten gewesen, wenn das ihr Maßstab ist. Das sind Zahlen, die man seit 2013 nicht mehr hatte. Also das rein Quantitative ist, wir sind längst nicht mehr in einer Krise. Natürlich auf der östlichen Mittelmeerroute und das ist dann auch der weitere Punkt, geopolitisch ist natürlich die Situation sehr instabil, sehr labil. Wir haben das auch gerade wieder vor Weihnachten gesehen, die Situation in Syrien, in Libyen, Iran, in dem viele, viele afghanische Flüchtlinge unterkommen, leben. All das wird durch die geopolitischen Entwicklungen natürlich extrem aufs Spiel gesetzt und das sind Dinge, die auch dazu führen können, dass sich alles wieder schnell ändert. Also diese Lage ist instabil und was man dann auch nicht vergessen soll, wir haben immer noch Schengen-Binnengrenzen. Wir haben immerhin noch die sechs Staaten, die Schengen-Binnengrenzen haben, die gibt es weiterhin noch und das darf man auch nicht vergessen, dass dort Dinge sind, an denen man auch gerne weiterkommen würde und von denen man gerne wegkommen würde von diesen Schengen-Binnengrenzen. 2019, dann haben wir natürlich im Mai die Europawahlen gehabt. Sie haben alle das Ergebnis gesehen und Tineke ist eines der besten Ergebnisse dieser Europawahlen. Da sind wir, glaube ich, ganz froh, dass sie da ist. Wir haben eine designierte europäische Kommissionspräsidentin dann im Juli gehabt, Frau von der Leyen, die dem deutschen Publikum natürlich sehr bekannt ist. Und das führte dann vom Juli an. Die neue Kommission wurde gefunden. Die Mitgliedstaaten haben ihre Persönlichkeiten als Kommissare vorgestellt. Und im Oktober, November wurden diese designierten Kommissare dann durch die sozusagen dritte Staatsexamsmaschine des Europäischen Parlaments gequirlt, weil alle Kommissare, die ernannt werden wollen, müssen sich einer Herz- und Nierenprüfung des Europäischen Parlaments gegenüberstehen. Mit schriftlichen Fragen, mit einer öffentlichen Anhörung, mit eventuellen Nachfragen, mit eventuellen zweiter Anhörung, wenn sie nicht so toll gewesen sind in der ersten und müssen dort ihr Fachwissen, dass sie sich innerhalb kürzester Zeit, weil die meisten Kommissare, die aus den Mitgliedstaaten ernannt werden, haben nicht alle zwingend an den Themen gearbeitet, in denen sie eben jetzt in Brüssel tätig sind, mussten sich dieser Prüfung unterziehen. Und dann nahm die Kommission zum 1. Dezember jetzt ihre Tätigkeit auf, nachdem alles durchgegangen ist, nachdem auch einige Kommissare abgelehnt worden sind durch das Parlament. Also das demokratische Kontrollrecht geht so weit, so weit, dass über Persönlichkeiten auch entschieden wird, eben auf der Basis des nicht existierenden Fachwissens und der Fähigkeit, Kommissar zu sein, nach Ansicht des Parlaments, sodass einige Staaten neu ernennen mussten. Und deswegen verzögerte sich alles etwas, aber seit dem 1. Dezember ist die neue Kommission jetzt in voller Kraft. Sie haben auch Anfang Januar ihren Amtseid vor dem Gerichtshof abgesagt, dass wir auch den Bogen schlagen können zum Gerichtshof. Da schwören sie, das ist so eine Praxis, die sich eingebürgert hat, dass jeder Kommissar schwört quasi auf die Verträge, sagt, dass er in der Ausführung seiner Tätigkeit die Verträge, das Primärrecht respektieren, fördern, unterstützen wird, einschließlich der Grundrechtecharta. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, dass sozusagen jeder Kommissar auf die Grundrechtecharta schwört. Das ist, glaube ich, in Hohenheim eine ganz schöne Geschichte und das sind auch Dinge, die man immer wieder vorhalten und nutzen kann in den Findungen dessen, was die Kommission als Kollege macht. Macht. So, und diese neue Kommission unter Ursula von der Leyen ist in diesen 8 Wochen, in denen sie jetzt im Amt ist, nicht so lange und Weihnachten lag ja auch dazwischen, schon relativ aktiv gewesen und ist auch weiterhin aktiv, vor allem in den Bereichen, das haben Sie wahrscheinlich gesehen, Klimaschutz, Green Deal, diese ganzen, dem Bereich, wo sie auch wirklich in die deutschen Schlagzeilen kommt und das schön zu sehen ist, wie diese Dinge, die Sie in Ihrer Rede im Juli vor dem Parlament, also dass sie die auch wirklich sehr schnell angegangen ist und dort ihr Profil schärft und ich denke auch die globale Phase, in der wir sind, auch relativ gut aufgreift. Klimaschutz ist natürlich nicht jetzt das, was die Hohenheimer zwingend interessiert, obwohl, wenn Sie den Green Deal lesen, da ist natürlich auch, und das Zukunftsthema wird sein, Klimaflüchtige. Und dort, das ist auch gesehen, das haben wir reingeschrieben in die Mitteilung zum Green Deal, dass das Dimensionen sind, die auch uns betreffen werden und die auch immer stärker kommen, dass es eben irgendwann zu lösen sein wird, was man mit Klimaflüchtlingen macht und wie die rechtliche Lage dazu sein wird. Da ist noch einiges ungeklärt und das ist eines der Zukunftsthemen. Wenn wir jetzt aber schauen, Zukunft des gemeinsamen europäischen Asylsystems, was hat unsere Präsidentin denn dazu gesagt, was sind ihre Pläne dazu? Das ist ja das, über das wir reden wollen. Und da kann man, und jetzt fangen wir an, so ein bisschen in die Tiefen reinzugehen, in der Transparenz der Kommission muss die designierte Präsidentin ihr politisches Programm vorlegen, mit dem sie dann eben auch bestätigt oder abgelehnt wird im Europäischen Parlament. Das hat Frau von der Leyen im Juli 2019 gemacht, das ist im Internet, die politischen Leitlinien und zu unserem Thema, da hat sie gesagt, dass sie einen neuen Migrations- und Asylpakt vorschlagen will und in diesem Pakt soll die Dublin-Reform, und jetzt zitiere ich das auch in der deutschen Version, neu aufgerollt werden. Sie soll neu aufgerollt werden. Sie will eine Modernisierung des gemeinsamen europäischen Asylsystems und in den politischen Leitlinien, da muss ich so ein bisschen technisch widersprechen, da steht ausdrücklich drin, es heißt gemeinsam, und Frau von der Leyen sagt, es muss gemeinsam sein. Also wir geben nicht das Gemeinsame auf, sondern sie bestätigt das, es muss gemeinsam sein und alle müssen einander helfen und einen Beitrag leisten. Wir brauchen einen Neustart, schreibt sie, und eine neue Verteilung der, und jetzt kommt das Wort, das natürlich vielleicht nicht das Beste ist, eine neue Verteilung der Belastung. Und das ist das, wie es übersetzt wurde, dass Migration Lasten und Belastung sind, ist natürlich nicht das, was wir hier so sehen. Aber aus manchen Sicht, manche Mitgliedstaaten, ist das eben die Art und Weise, wie gesprochen wird. Und zur Sprache kommen wir auch nachher nochmal. Gut, sagen Sie, schön, dass Sie das da beschrieben haben, Aber wie soll dieser Neustart denn aussehen? Was sind die Details dieses Neustarts? Wer wird diesen Neustart voranbringen? Wer ist politisch verantwortlich für diesen Neustart? Und wann kommt er denn? Das ist ja vielleicht die Frage, die hier am meisten interessiert. Wann machen wir denn endlich was? Wie kommen wir voran mit diesem Neustart? Zur ersten Frage, wie soll denn dieser Neustart aussehen? Gehen wir den nächsten Schritt und schauen wiederum in die allgemein verfügbaren Texte im Internet. Und da finden Sie Mission Letters. Mission Letters, die hier im Haus vielleicht nicht richtig als Missionsbriefe übersetzt werden können, aber die eben so heißen. Und die gibt es auch nicht in Deutsch, die gibt es nur in Englisch, diese Missionsbriefe. Aber da steht drin, diese Missionsbriefe, das sind sozusagen die Arbeit, der Arbeitsauftragte der Präsidentin an jeden einzelnen Kommissar. Zum jeden Thema hat die Präsidentin einen Brief geschrieben an den jeweiligen Kommissar und gesagt, ich möchte, dass du in den nächsten fünf Jahren an diesem, 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 diesem Thema arbeitest und das machst du in der und der Art und Weise. Und das erwarte ich von dir und das schauen wir mal, wo du da stehst in den nächsten fünf Jahren. Zum neuen Asyl- und Migrationspakt hat Frau von der Leyen die folgenden Punkte in den Missionsbrief für Frau Johannsen, da komme ich gleich nach diesem Punkt dazu, an die neue Kommissarin, die folgenden Punkte gesagt. Dieser neue Pakt soll die Asylreform neu voranstreiben. Relaunch die Asylum-Reform. Und in diesem Relaunch sollen neue Formen der Solidarität gefunden werden. Die müssen gefunden werden, in denen alle Mitgliedstaaten, und jetzt wieder Englisch, Meaningful Contributions leisten müssen. Meaningful Contributions. Das ist das Wort, um das sich alles in Frage der Dublin, das wir weiteren Schritte um Dublin drehen wird. Was sind Meaningful Contributions? Aber das sind die Dinge, die gefunden werden müssen. Es sollen die Loopholes, die Löcher gestopft werden zwischen Asyl und Rückführung. Und dazu schreibt Frau von der Leyen, dass wir den Schutz der Schutzbedürftigen auch tatsächlich leisten wollen. Aber das geht eben nur, wenn wir auch diejenigen, die kein Recht haben, hier zu bleiben, effektiv rückführen können. Wir brauchen, und das schreibt sie als nächstes, einen tragfähigen, einen verlässlichen und einen dauerhaften Ansatz für die Seenotrettung. Das ist einer der Punkte, die relativ weit oben kommen in der Liste dessen, was für sie den neuen Pakt ausmacht. Also die Seenotrettung, dieser dauerhafte Ansatz, ist Teil des Paktes. Sie will echte, genuine, legale Zugangswege. Sowohl über Resettlement als auch über Beschäftigungsmöglichkeiten. Wir wollen also nicht nur auf die Flüchtlinge schauen, wie die legal nach Europa kommen können, sondern eben auch, wie legale Wege geschaffen werden können für die Beschäftigung. Fachkräfte, sagt sie, Skilled Workers. Also das ist auch schon im Moment so eine Richtung, in die wir gehen, die vorgegeben ist, dass es zunächst Skilled Workers sein soll. Eine stärkere Kooperation mit Herkunfts- und Transitländern und da im Zusammenhang ein robustes System für die Rückführung. Also das hat ja auch Tienicke angesprochen, auch kritisch angesprochen, dass sozusagen die Kooperation mit Herkunfts- und Transitländern sozusagen fokussiert sei auf die Rückführung. Aber ich denke, es geht weiter an das. Es geht auch darum, um die Fluchtursachenbekämpfung und diese Dinge. Aber in den Diskussionen mit Drittstaaten, da ist durchaus, da hat Tienicke recht, der Ansatz da, dass Europa etwas selbstbewusster auftreten soll, wenn sie mit Drittstaaten verhandelt und sagt, Migration ist für uns ein wichtiges Thema. Wenn ihr unseren Zugang für unsere Produkte auf dem europäischen Markt haben wollt, wenig barrierefrei, dann das ist euer Interesse. Unser Interesse ist Migration. So und wo können wir da was finden, indem wir uns einigen können, dass die jeweiligen Interessen gewahrt sind. Also das soll durchaus robuster werden, hat das hat Tienicke völlig richtig gesagt. Es sollen humanitäre Korridore geschaffen werden, humanitäre Korridore, um Flüchtlingen zu helfen und auch um menschenwürdige Bedingungen zu schaffen. Das ist so der Blick auf Libyen und die Situation, die wir da haben. Die können wir schaffen, humanitäre Korridore zu errichten oder zu intensivieren, um die Situation in Libyen zu bekämpfen. Verstärkte Maßnahmen gegen Menschenhändler und Schmuggler, das ist natürlich auch sehr wichtig. Und die Implementierung der Frontex, der Grenzschutzagentur, will sie vorziehen. Die 10.000 sollen nicht erst 2027 einsatzfähig sein, die 10.000 Grenzschützer, sondern schon 2024. Dieses vorziehen und dann ganz zum Schluss die Rückkehr zum voll funktionsfähigen Schengen-Raum. Das ist wie gesagt eines der Themen, das natürlich bei all den Diskussionen mitschwingt, das man auch nicht vergessen darf. Das heißt das Ende der Binnengrenzen. Sie sehen also, dass der neue Pakt weit über das GAS hinausgeht. Das GAS ist ein Teil dessen, was den neuen Pakt ausmachen soll. Und es muss in diesem ganzen Zusammenhang gesehen werden. Was auch wichtig ist, neu, sozusagen dieses Relaunch, das die Kommissar, das die Präsidentin will, diese Neuverhandlung, heißt nicht, dass alles, was jetzt schon da ist, zwingend weggeschmissen werden muss. Und ich denke, das ist auch wichtig für das Parlament, dass die Arbeit, die geleistet wurde in den Bereichen, die durchaus reinpassen und weiterhin und nah an der, nah da sind, erreicht zu werden, dass man nicht alles wieder auf Null setzt, sondern man muss schauen, wo sind die Dinge, wo muss man ändern, wo muss man die Stellschrauben drehen. Mehr natürlich als im vorherigen Blick, wo man eben innerhalb der Sieben, innerhalb des Pakets gedacht hat, wenn wir jetzt in dieser weiteren Richtung denken, wo kann man die Schrauben an den anderen Vorschlägen stellen, um sozusagen das GAS als Teil des Ganzen voranzubringen. Jetzt die Frage, wer macht das denn alles? Und da auch kurz der Hinweis, der gemeinte, we spoke with Johansson, so I will tell you, who is Johansson, because maybe, vielleicht wissen Sie denn nicht, wer Frau Johansson ist. Also wir haben eine neue Kommissarin. Das ist ja auch wichtig zu schauen, an wen man herantreten will, wenn man sozusagen Einfluss nehmen will. Wir haben eine neue Migration, also Home and Inn-Kommissarin, die kommt aus Schweden. Ylva Johansson ist eine erfahrene Politikerin, die schon in fünf schwedischen Regierungen war, eine Sozialdemokratin, der nachgesagt wird, eher aus dem linken Rand der Sozialdemokratie zu kommen. Wobei, das müssen Sie alles europäisch sehen, der linke Rand der schwedischen Sozialdemokratie ist vielleicht, keine Ahnung, der rechte Rand der italienischen Konservativen, keine Ahnung. Also wie gesagt, das muss man alles, das muss man alles, so ein bisschen, die Parameter, die man sozusagen jetzt, wenn man sagt, ah ok, linke Rand, SPD, das muss nicht zwingend das sein, was linke Rand der schwedischen Sozialdemokraten ist. Sie war aber Beschäftigungs- und Sozialministerin, das heißt, das ist vielleicht für unseren Bereich gar nicht schlecht, eine Perspektive zu haben, die aus diesem Bereich Soziales und Beschäftigung kommt. Sie war, und das sagt sie auch immer, in der Flüchtlingskrise, die ja auch in Schweden durchaus wichtig war, zuständig oder mitzuständig für die Fragen, die damals gelaufen sind in Schweden, auch in der Bewältigung der Flüchtlingskrise damals. Das heißt, sie hat den Blick und sie hat die richtige Perspektive. Sie hat einen Vizepräsidenten, der sozusagen mit ihr Dinge erreichen soll, hierarchisch über ihr steht. Und dieser Vizepräsident ist Margretis Chinas, das ist ein Grieche. Und da ein Konservativer. Also die Kombination, die Frau von der Leyen gewählt hat, ist ein griechischer Konservativer und eine schwedische Sozialdemokratin, die für Migration und Sicherheit zuständig sind. Und das ist eigentlich eine schöne Kombination, um sozusagen die Weite der politischen Spektren einzubinden und die Weite der Themen auch zu sehen. Chinas war selber Europaabgeordneter, hat viele andere Dinge gemacht, ist schon sehr lange in Brüssel. Und hat auch, und das ist auch wiederum wichtig, sein Portfolio geht auch weiter. In seinem Portfolio ist auch Bildung, Skills, Employment, Dinge wie Kultur mit drin. Und das ist natürlich wichtig für Integrationsfragen. Also in seinem Missionsbrief steht drin, dass er sich auch um die Integration kümmern soll. Und wie gesagt, diese Verbindung ist gar nicht schlecht, diese Kombination der Portfolios der beiden Persönlichkeiten. Sie wurden auf Herz und Nähem geprüft, diese beiden im Parlament. Und dort hat das Parlament natürlich seine Position klar gemacht. Das hat Tineke auch noch mal gestern erklärt. Das Parlament will nicht sehen, dass die Arbeit, die es selber gemacht hat, über den Haufen geworfen wird. Das Parlament sagt zu Recht, wir sind hier nicht das Problem in der ganzen Debatte. Wir haben unsere Position schon vor Jahren festgelegt. Und nur die Tatsache allein, dass jetzt die Mitgliedstaaten sich nicht einigen können, heißt nicht, dass wir als gleichberechtigter demokratische Gesetzgeber nicht genauso ernst genommen werden müssen wie die Mitgliedstaaten. Und ich denke, diese Message, die an die Kommissare herangetragen ist, wurde auch sehr stark gehört. Es geht eben darum, respektiert unsere Arbeit und respektiert unser demokratisches Mandat. Und das ist eine Sache, die unbedingt wichtig ist. Deswegen, wenn jetzt im Moment die Kommissarin sozusagen auf Tour de Capitale ist, weil das macht sie gerade in dieser Zeit, da muss auch dann der ständige Austausch mit dem Parlament stattfinden, parallel zum Tour de Capitale, mit dem Liebeausschuss, dem Bürgerrechtsausschuss, mit einzelnen Abgeordneten, mit den Koordinatoren. Und das muss die ganze Zeit stattfinden. Aber diese Erprobungstour, dieses Austesten, das ist jetzt gerade eben das, was in dieser Zeit, in diesen Wochen stattfindet, in dem der Preis, der im Titel unseres heutigen Morgens drin ist, in dem der Preis sozusagen ausgelotet wird. Das ist so die Testphase, die Erprobungstour. Die Mitgliedstaaten haben ihre Positionspapiere schon geschickt, wie die Mitgliedstaaten sich das vorstellen. Nicht alle, aber ich denke, acht habe ich zwischenzeitlich gezählt, acht Positionspapiere für das neue GRS, für den neuen Pakt, für das neue System. Und unsere Kommissarin ist eben unterwegs. Und da war jetzt gerade gestern der informelle Rat, der Innenminister in Zagreb. Das Thema war nicht auf der Agenda als solches, aber es ist ein informeller Rat. Das heißt, es ist die Gelegenheit im Grunde auch weiter mit den Ministern zu reden. Die Kommissarin hat eine Pressekonferenz gegeben. Und das ist vielleicht das, wo ich sagen würde, was kann ich hier aus Zagreb, auch wenn ich nicht da gewesen bin, was kann ich Ihnen mitbringen, wo wir gerade stehen. Und auf dieser Pressekonferenz würde ich kurz, das ist relativ kurz zur Migration, und ich lese das mal vor, weil in diesem Statement finden Sie auch gleich das Fun des neuen Pakts, ohne dass ich irgendwas aus dem Lehrkästchen plaudern müsste, was ich nicht darf, zitiere ich einfach, was die Kommissarin gesagt hat. Und sie sagte, By spring, we will present a new Pact on Migration and Asylum, so spring. Und dann sagt sie, We need a workable and sustainable migration policy for Europe. It will have to bring unity, where we had division in the past. So far, 15, I had 15 bilateral meetings with member states. I have bilateral meetings scheduled with all. And so far, so good. Ich zitiere immer noch. Colleagues want to find a way forward. There is a constructive approach from member states. Und dann sagt sie, I believe it is possible to find a workable compromise, to manage migration, that is not so, that if it is not so welcomed, will be accepted by the member states. Thank you. Also das war das, was sie sagt. Es geht ja gar nicht darum, jetzt zu sagen, wow, der neue Pact, dass da alle stehen und klatschen. Und sagen, ja, das ist das, worauf wir gewartet haben. Aber das ist ein tragfähiger Kompromiss, der eben ein Kompromiss ist. In dem alle sagen, okay, damit können wir leben. Deswegen, die Kommissarin verfolgt einen pragmatischen, vielleicht schwedischen, ganz sympathischen Ansatz zu diesem ganzen Thema. Sie sagt, Migration ist eine Realität. Migration ist here to stay. Migration, und das ist für sie ganz wichtig, ist nicht immer nur Krise. Und unsere Sprache muss sich auch erinnern, das sagt sie auch ganz deutlich. Für sie ist das, was sie vorgefunden hat, an der derzeitigen Sprache, viel zu aufgeladen, viel zu dramatisch, viel zu sehr Krise. Für sie geht es darum, pragmatische Regeln zu finden, um eine gesetzliche Lösung zu einem Problem, was weiß ich, wie Straßenverkehr oder sonst irgendwas. Da gibt es Regeln, die setzt man halt, die werden eingehalten, und damit hat sich das. Sie sagt ganz deutlich, und wie gesagt, das ist vielleicht das Schlusswort auch, sie sagt, Migration soll mal wieder langweilig sein. Sie wünscht sich, dass Migration ein langweiliges Thema ist, das nicht dazu führt, dass alle sich aufregen, durcheinander schreien, sondern es muss langweilig sein. Und wenn das Thema langweilig ist, dann hat sie ihr Ziel sozusagen erreicht. Natürlich, wir müssen bereit sein für die Krise, wir müssen für die eventuell zukünftige Krise, aber für alles, was nicht Krise ist, muss einfach das Drama rausgenommen werden, es muss langweilig werden. Und ich denke, das ist gar nicht schlecht als Schlusswort für meinen Vortrag im Hohenheimer Geist, nicht, dass Hohenheim langweilig ist, aber ich denke, diese Ansätze, lasst uns einfach mal über Dinge reden, ohne das Drama zu sehen. Und Lösungen, pragmatische Lösungen zu finden, eines Problems, gar nicht mal eines Problems, eines Phänomens, das eben geregelt werden muss. Und das ist sozusagen der Ansatz, den es verfolgt. Wir als Dienst, als ihr untergeordnete Beamte, wir werden alles tun, damit sie das erreicht und dass sie da Erfolg hat. Und wir sehen, wo wir stehen im nächsten Jahr. Vielen Dank. Applaus Ja, vielen Dank, Florian, für die gute Bewältigung der undankbaren Aufgabe, bei noch unklaren Verhältnissen doch deutlich zu sagen, wo die Spielräume sind oder es zumindest so deutlich anzudeuten, dass wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, schon man auch da noch einiges rausziehen konnte. Das ist ja nicht ganz so einfach. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt mit was, was auch nicht einfach ist für viele Juristinnen und Juristen aus Deutschland, die dann immer das Gefühl haben, der EuGH spricht ja über deutsches Recht, Recht und dabei übersehen, dass es halt nicht das deutsche Rechtssystem ist, sondern der EuGH, der für sehr viel mehr Mitgliedstaaten zuständig ist. Und deswegen freuen wir uns sehr, Frau Rüth, dass Sie uns präsentieren werden, was aus Ihrer Sicht wichtig ist an der Rechtsprechung des EuGH zu diesem Thema. Und wir schließen Ihren Vortrag gleich an. Vielen Dank. Jetzt versuchen wir. Applaus Ich freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu können. Ich bin stimmlich etwas angeschlagen, wie Sie hören. Ich hoffe, dass meine Stimme die 20 Minuten durchhält, die ich sprechen soll. Und zwar freue ich mich deswegen, nicht nur, weil das natürlich eine große Ehre ist, vor einem solchen Fachpublikum zu einem Thema reden zu dürfen, das mir sehr am Herzen liegt, sondern vor allem auch, weil es mir die Gelegenheit gibt, Ihnen zuzuhören. Im Gegenzug soll ich Ihnen zumindest einen kleinen Einblick dazu geben, wie sich der EuGH dem aktuellen Problem widmet und wie er versucht, im Rahmen seiner Möglichkeiten der Abhilfe zu schaffen. Bekanntlich wird uns immer wieder vorgeworfen, Rechtsprechung aus einem Elfenbeinturm heraus zu betreiben und in gewisser Weise ist diese Kritik auch nicht vollkommen von der Hand zu weisen. Wir sind nicht vor Ort, wir sind nicht jeden Tag mit den Einzelschicksalen konfrontiert und ich habe sehr großen Respekt vor den Leuten, die das sind. Nichtsdestotrotz ist natürlich gerade für die Wahrnehmung der Aufgabe des EuGHs es wichtig, eine gewisse Distanz zu wahren, denn wir sollen eben nicht aus der Perspektive einzelner Mitgliedstaaten entscheiden, sondern im Idealfall sozusagen aus einer gesamteuropäischen Perspektive. Dabei ist es natürlich trotzdem so, dass eben die Richter und Mitarbeiter alle nicht nur gewisse politische Orientierung haben, sondern auch eben mitgliedstaatlich bedingt einen gewissen rechtlichen und kulturellen Background mitbringen. Von daher ist es nicht so wirklich erstaunlich, dass die Diskussionen gerade zum Migrationsrecht innerhalb des EuGHs genauso kontrovers geführt werden, wie sie das eben auch außerhalb geführt werden. Auch sind wir nicht in der Lage, sozusagen nach einem hübschen Masterplan jetzt mal Migrationsrecht zu machen. Wir widmen uns der Probleme, wie sie uns sozusagen mehr oder weniger in Form der Fälle vor die Füße fallen und müssen dann immer gucken, nach und nach, wie wir damit umgehen. Von daher ist der EuGH jetzt der falsche Ansprechpartner, wenn man nach einem großen Gesamtkonzept für die Zukunft der europäischen Migrationspolitik sucht. Also von daher kann ich nur bedingt zu dem Thema, zu dem ich eigentlich sprechen soll, auch was Sinniges sagen. Denn unsere Rolle ist ja gerade nicht recht zu machen, sondern das geltende Recht möglichst sinnvoll anzuwenden und das eben anhand von konkreten Fällen und eben nur diese Fälle einer Lösung zuführen. Von daher die immer wieder geäußerte Kritik, dass man doch in dem Urteil nicht zu dem noch durchaus wichtigen Problem Stellung genommen hat, kann ich natürlich vollkommen verstehen, ist nur sozusagen nicht unser Arbeitsauftrag. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil das, wozu ich heute mit Ihnen reden möchte, nämlich der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens und dessen Grenzen, dafür ein ganz gutes Beispiel ist. Der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens ist ein so vielbeschworenes Mantra, dass man eigentlich schon gar nicht mehr darüber reden mag. Trotzdem ist es natürlich nicht nur ein hübsches, theoretisches Konzept, sondern hat eben eine ganz große praktische Relevanz für den GRS insbesondere oder zumindestens so, wie er derzeit ausgestaltet ist. Denn damit steht und fährt mehr oder weniger das System. Damit das System funktioniert, müssen die Mitgliedstaaten grundsätzlich darauf vertrauen dürfen, dass alle anderen Mitgliedstaaten auch sich an die unionsrechtlichen Spielregeln halten und auch, dass sie trotz der unterschiedlichen Ausgestaltung ihrer Rechtssysteme in der Lage sind, einen effizienten und gleichwertigen Schutz der in der Grundrechtecharta vorgegebenen Rechte gewährleisten können. Leider klappen natürlich nur hier zwischen Anspruch und Wirklichkeit Welten und dieser Realität muss sich natürlich auch der Euge herstellen. Dabei sitzt er in gewisser Weise zwischen den Stühlen, denn vor dem Hintergrund eben dieser praktischen Probleme muss er eben einen ausreichenden Grundrechtsschutz innerhalb der Union sicherstellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich sein Job, überhaupt sicherzustellen, auch dass das GRS weiter funktionieren kann und nicht das ganze System kollabiert. Dementsprechend hat er 2011 in dem Grundsatzurteil NS nach einem dezenten Hinweis aus Straßburg anerkannt, dass es durchaus in der Praxis große Probleme geben kann mit diesem System und dass diese Probleme in einzelnen Mitgliedstaaten dazu führen können, dass nicht gewährleistet ist, dass die Grundrechte gewahrt werden und insbesondere eben das Recht darauf, menschenwürdig behandelt zu werden und keine unmenschliche Behandlung im Sinne von Artikel 4 der Charta zu erfahren. Von daher hat der Gerichtshof gesagt, der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens ist schön und gut, aber es ist keine unwiderlegbare Vermutung oder anders gesprochen, gegenseitiges Vertrauen ja, blindes Vertrauen nein. Dieses damals aus Artikel 4 direkt hergeleitete Überstellungsverbot, damals ging es um die Dublin-II-Verordnung, ist dann später vom Gesetzgeber in Artikel 3 Absatz 2 der Dublin-III-Verordnung kodifiziert worden und ist somit ein ganz hübsches Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Straßburg, Luxemburg, Brüssel und den nationalen Gerichten. Allerdings ist bei dieser Kodifizierung, hat sich sozusagen der Gesetzgeber an das gehalten, was sich direkt aus dem NS-Urteil ergibt, das heißt sich auf die konkrete Situation beschränkt, die dem NS-Urteil zugrunde lag, wo es um systematische Schwachstellen im Asylverfahren und in den Aufnahmebedingungen in einem Mitgliedstaat ging. Der Gerichtshof hat in der Folge allerdings klargestellt, dass es darüber hinaus natürlich auch durchaus Situationen geben kann, in denen Artikel 4 in Gefahr ist und hat beurteilt, dass eigentlich immer dann, wenn eine tatsächliche konkrete Gefahr besteht, dass durch die Überstellung in den eigentlich zuständigen Mitgliedstaat die betroffene Person Gefahr läuft, unmenschlich behandelt zu werden, dass immer dann die Überstellung unionsrechtlich nicht zulässig ist. So bejahte er 2017 im Urteil CK wieder im Rahmen der Dublin-III-Verordnung ein solches Überstellungsverbot bei einem schwer kranken Asylbewerber, dem durch die Überstellung selbst eine solche Gefahr drohte, weil es mit wesentlichen, also die Überstellung selbst mit wesentlichen und unumkehrbaren Verschlechterung seines Gesundheitszustandes verbunden gewesen wäre. Und zwar Überstellungsverbot so lange, wie nicht durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen eine solche Gefahr ausgeräumt werden kann. Dabei widersprach die Kommission oder beziehungsweise der Gerichtshof widersprach dem Argument der Kommission, die plädiert hatte, dass eben nur systematische Schwachstellen, nur systemische Schwachstellen relevant seien. Und der Gerichtshof hat ausdrücklich unterstrichen, dass das eben nicht so ist und hatte auch letztes Jahr dann dank mehrerer Vorabentscheidungsersuchen vom Bundesverwaltungsgericht und dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg die Gelegenheit, diese Rechtsprechung weiter zu präzisieren. In der ersten der beiden Rechtssachen, Yahoo, ging es wiederum um eine Dublin-Überstellung, in dem Fall nach Italien. Das Problem war da allerdings nicht, dass sozusagen das vorliegende Gericht meinte, dass das Verfahren selbst menschenunwürdig sei, aber eben nach dem Verfahren die Gefahr drohe in Italien, sozusagen, sobald man aus dem besonderen Schutz, sozusagen der für Asyl, während des Asylverfahrens vorgesehen ist, herausfällt, dass die betroffenen Personen, die internationalen Schutz in Italien bekommen, dann am Rande der Gesellschaft verelenden, weil sie keine Wohnung finden, keine Arbeit finden, weil es keine ausreichenden Sprachkurse und Designationsmaßnahmen gibt und dann dort eben Gefahr laufen, in unmenschlicher Weise, sozusagen am Rande der Gesellschaft dahin zu vegetieren. Jetzt könnte man denken, nach den vorherigen Urteilen war das mehr oder weniger ein Selbstläufer, allerdings haben die Mitgliedstaaten durchaus argumentiert, dass eben im Rahmen der Anerkennungsrichtlinie man die bisherige Rechtsprechung nicht anwenden könne und der Gerichtshof hat dem vielleicht nicht ganz überraschend dann doch widersprochen, indem er gesagt hat, es ist eben mit dem absoluten Charakter von Artikel 4 nicht vereinbar und es kommt dafür nicht darauf an, ob derjenige sozusagen menschenunwürdig behandelt wird während der Überstellung, während des Asylverfahrens oder aber danach. Entschuldigung, ich muss immer wieder zwischendurch trinken, weil meine Stimme sonst nicht mehr mitmacht. Und zwar hat der Gerichtshof nochmal ausdrücklich unterstrichen, dass das gemeinsame europäische Asylsystem und der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens auf der Zusicherung beruhen, dass es eben in keinem Stadium und in keiner Weise zur Verletzung von Artikel 4 kommt. Außerdem wäre es natürlich in gewisser Weise widersprüchlich, wenn man sagen würde, also während des Verfahrens dürfte die Leute nicht unmenschlich behandeln, aber danach ist das kein Problem mehr. Ich meine, die besten Aufnahmebedingungen bringen nichts, wenn die Leute danach eben verelenden. Oder, um das mit den Worten des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg zu sagen, also die umfassende Prüfpflicht der nationalen Gerichte stellt insofern die notwendige Kehrseite des Dublin-Systems dar, da dieses ja gerade dem Asylbewerber nicht erlaubt, frei zu wählen, wo er hingeht. Danach muss also das mit dem rechtsverhältnis befasste nationale Gericht bei konkreten Hinweisen, nicht eben einfach mal so, sondern bei konkreten Hinweisen auf der Grundlage, ich zitiere, objektiver, zulässiger, zuverlässiger, genauer und gebührend aktualisierter Angaben und im Hinblick auf den unionsrechtlichen Grundrechtestandard würdigen, ob entweder systemische oder aber allgemeine oder aber bestimmte Personengruppen betreffende Schwachstellen in dem Mitgliedstaat bestehen, die eben es wahrscheinlich erscheinen lassen, dass die Person dort Gefahr läuft, um menschlich behandelt zu werden. So weit, so gut. Das hört sich erstmal ganz nett an, aber wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. und so hängt der Gerichtshof im Gegenzug oder legt der Gerichtshof im Gegenzug eine sehr hohe Erheblichkeitsschwelle dafür an, dass es überhaupt zu einer Verletzung von Artikel 4 kommt. Und zwar ist zumindest dann, wenn die Verletzung mit der wirtschaftlich prekären Situation begründet wird, diese Schwelle nur dann erreicht, wenn eine vollständig von der öffentlichen Unterstützung abhängige Person, ich zitiere das mal her, sich unabhängig von ihrem Willen und ihrer persönlichen Entscheidung in einer Situation extremer materieller Not befindet, die es ihr nicht erlauben würde, ihre elementarsten Bedürfnisse zu befriedigen, insbesondere sich zu ernähren, sich zu waschen und eine Unterkunft zu finden und die ihre physische und psychische Gesundheit beeinträchtigte oder in einen Zustand der Verelendung der Menschen unwürdig ist, versetzen würde. Ausdrücklich sagt der Gerichtshof, große Armut allein und eine signifikative Verschlechterung des Lebensstandards reicht nicht aus, solange diese Schwelle eben nicht erreicht ist. Und insbesondere eben auch der Umstand, dass die Sozialhilfeleistungen in dem Zielstaat sehr viel schlechter aus, also oder sogar vielleicht nicht existent sind, reicht eben an sich noch nicht aus. Aus menschenrechtlicher Sicht ist diese sehr hohe Erheblichkeitsschwelle mit Sicherheit zu kritisieren. Denn natürlich, ich meine, das geht zwar nicht auf uns, also wir haben uns diesen Test nicht ausgedacht, sondern es geht auf Straßburg zurück. Natürlich hätte aber der Gerichtshof durchaus die Möglichkeit gehabt, den unionsrechtlichen Grundrechtsschutz insoweit höher zu hängen, als den aus Straßburg Garantierten. Allerdings muss man die Entscheidung des Gerichtshofs gegen einen solchen höheren Grundrechtsstatus eben auch im Hinblick darauf sehen, dass die Anerkennungsrichtlinie eben nur grundsätzlich eine Inländergleichbehandlung vorsieht und die Sozialsysteme in den verschiedenen Mitgliedstaaten eben sehr, sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. In Italien zum Beispiel, und das ist uns vielleicht als Deutschen, die wir sozusagen Sozialhilfe als ganz Normales ansehen. In Italien ist das eben nicht normal gewesen, oder lange Zeit nicht normal gewesen. Letztes Jahr ist dieses Reddito di Cittadinanza eingeführt worden. Und das hat in Italien in Bezug auf die nationale Bevölkerung anscheinend nur deswegen einigermaßen geklappt, weil der Mangel im Sozialsystem dann wiederum durch die familiäre Solidarität ausgeglichen worden ist. So hier ist natürlich bei Flüchtlingen, dass die auf eine solche familiäre Solidarität in der Regel nicht zurückgreifen können. Trotzdem hat der Gerichtshof gesagt, dass das alleine noch eben nicht ausreicht, um sozusagen per se anzunehmen, dass es eben zu menschenunwürdigen Behandlungen in Italien in dem Fall kommen würde, sondern es ist halt immer eine Einzelfallprüfung. Am gleichen Tag ist ein Urteil im Parallelverfahren ergangen, das auf mehrere Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverwaltungsgerichts zurückgegangen ist. Und da ging es dann erstmals nicht um eine Dublin-Überstellung, sondern um die Frage, inwieweit ein Mitgliedstaat eventuell daran gehindert ist, einen erneuten Asylantrag als unzulässig auf der Grundlage von Artikel 33 der Verfahrensrichtlinie, das entspricht 29.1.2 im Asylgesetz, glaube ich, zurückzuweisen mit dem Argument, wenn derjenige habe in einem anderen Mitgliedstaat schon Schutzstatus erhalten, wenn eben der Person in diesem anderen Mitgliedstaat wiederum eine menschenunwürdige Behandlung aufgrund der Lebensverhältnisse drohen würde. Auch hier hat der Gerichtshof die gleichen Grundsätze sozusagen angewendet, das heißt, ein Mitgliedstaat darf in einem solchen Fall nicht nur nicht überstellen, sondern er darf in einem solchen Fall auch nicht den Antrag mit dem Argument als unzulässig abweisen, dass eben derjenige in den Ferngängs, vor allen Dingen um Bulgarien, in Bulgarien schon Schutzstatus erhalten hat. Und das gilt, wie er kurze Zeit später noch mal in einem Beschluss nachgeschoben hat, ausdrücklich, auch in Deutschland, und zwar obwohl es das deutsche Recht anscheinend ein Abschiebeverbot ohnehin in solchen Fällen vorsieht und koppelt mit einer humanitären Aufenthaltserlaubnis. Und zwar hat der Gerichtshof dazu ausgeführt, dass die Befugnis in Artikel 33 für die Mitgliedstaaten eben einen solchen Antrag als unzulässig abzuweisen, auf der Vermutung basiert, dass eben der eigentlich, also der andere Mitgliedstaat, insbesondere Artikel 4 der Grundrechtecharta respektiert. Wenn ich aber weiß, dass das definitiv nicht der Fall ist, beziehungsweise die konkrete Gefahr besteht, dass die betreffende Person in dem Mitgliedstaat unmenschlich behandelt wird, dann ist eine solche Vermutung eben nicht mehr wirklich gerechtfertigt. Außerdem war es, glaube ich, so, oder das werden Sie besser wissen als ich, dass dieser humanitäre Flüchtlingsstatus also keineswegs, ohne ein neues Asylverfahren durchzuführen, dazu geführt hätte, dass derjenige in Deutschland die gleichen, also die Rechte genossen hätte, wie er als Flüchtling in Deutschland genossen hätte. Auch im Urteil Ibrahim wendet der Gerichtshof aber diese hohe Schwelle für eine Verletzung für Artikel 4 an und unterstreicht halt nochmal, dass eben auch der Umstand, dass es keinerlei Sozialleistungen in dem anderen Land gibt, für sich genommen eben noch nicht ausreicht. und dass erst recht natürlich dann einzelne Verstöße gegen die Anerkennungsrichtlinie nicht ausreichen. Das heißt, der Gerichtshof geht mit Blick auf die praktische Wirksamkeit des gemeinsamen europäischen Asylsystems von dem Grundsatz aus, dass eigentlich erstmal jeder Mitgliedstaat für sich alleine dafür zuständig ist, Unionsrecht bei sich einzuhalten. Und das nur ausnahmsweise in Extremfällen sozusagen es eine Einstandspflicht der anderen Mitgliedstaaten gibt. Das zeigt sich im Urteil Ibrahim auch noch an einer anderen Stelle und zwar verneint der Gerichtshof die Erheblichkeit, also im Fall ging es auch noch darum, dass in Bulgarien wohl systematisch den Menschen, auch dann, wenn sie eigentlich die Flüchtlingsvoraussetzungen erfüllen, ein Flüchtlingsstatus nicht eingeräumt wird, sondern in vorhersehbarer Weise ihnen maximal subsidiärer Schutz gewährt wird. Und der Gerichtshof hat gesagt, das ist eindeutig eine Verletzung des Sekundärrechts, nicht nur des Sekundärrechts, sondern eben auch von Artikel 18 der Charta. Aber das reicht nicht aus, damit eben sozusagen man den Antrag als unzulässig abweisen darf. Das heißt, in solchen Fällen darf der andere Mitgliedstaat durchaus den Antrag zurückweisen als unzulässig. Und es steht so ein hübscher Nebensatz da drin, dass dann der ursprünglich, also in dem Fall Bulgarien, das Verfahren wieder aufzunehmen hat. Das hat zu viel Kritik geführt. So nach dem Motto, wir meinen, was nicht ist, was nicht darf, was nicht sein darf, ist dann auch nicht. So ist das aber nicht gemeint. Und ich glaube, es ist mehr oder weniger ein Warnschuss an den, ein kleines Orbiter, wenn Sie wollen, an den betreffenden Mitgliedstaat und dessen Gerichte, dass egal, ob das nationale Recht zu einer Wiederaufnahme vorsieht oder nicht, ihr müsst wieder aufnehmen. Also es ist eindeutig, erstens ist es eindeutig eine Verletzung von Artikel 18 und dem Sekundärrecht. Zweitens, ihr müsst wieder aufnehmen. Und drittens, Kommission, denkt vielleicht mal über ein Vertragsverletzungsverfahren nach. Ich möchte nicht verhehlen, dass ich persönlich mit dieser sehr hohen Erheblichkeitsschwelle und der Begrenzung Artikel 4 vielleicht nicht so 100% glücklich bin. Überspitzt gesagt, kann man das schon so kritisieren, dass es doch blindes Vertrauen gibt, soweit der nicht Artikel 4 betroffen ist und es sozusagen der Grundsatz oder der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens mehr eine Rechtsfiktion ist, denn halt wirklich Vertrauen im eigentlichen Wortsinn. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch die Beweggründe hinter dieser Rechtsprechung verstehen, vor allem im Rahmen der aktuellen Situation. Da kann man sich schon fragen, wenn der Gerichtshof das anders entscheiden würde, inwieweit würde die GRS dann überhaupt noch funktionieren. Denn wenn sozusagen immer dann, wenn ein Mitgliedstaat sich eben nicht 100% an Unionsrecht hält oder selbst halt nicht nur nicht 100%, sondern durchaus mehr, dann immer sofort die anderen Mitgliedstaaten einstehen müssen, fragt man sich, wie lange das dann gut gehen wird. Außerdem ist natürlich die gesellschaftliche Akzeptanz im Blick zu halten, denn gerade in den Mitgliedstaaten, in denen das soziale System sehr unterentwickelt ist, ist es sehr schwer, den Leuten dann zu erklären, wenn man eben sozusagen weit über das hinaus geht, was ihnen selber national gewährt wird, ist das sozusagen in der aktuellen Lage, insbesondere in einigen Mitgliedstaaten, würde das wahrscheinlich zu Problemen führen. Von daher kann man sagen, dass auf der Grundlage der derzeitigen Recht, insbesondere der Anerkennungsrichtlinie, das Ziel Menschen, ja so menschenwürdiger schon, aber vielleicht adäquater Lebensverhältnisse nicht in allen Mitgliedstaaten sichergestellt werden kann, dass die Rechtsprechung des Gerichtshofs ist insofern da ein menschenrechtliches Sicherheitsventil, aber keine Lösung und von daher ist der europäische Gesetzgeber gefragt, aber das sieht ja im Moment nicht so aus, als könnte man da in unmittelbarer Zukunft schon mit Besserung rechnen. Ich weiß nicht, habe ich noch ein paar Minuten oder ist meine Zeit schon abgelaufen? Gut, dann habe ich, ich habe noch ein paar Minuten, kann noch ganz kurz auf den anderen Aspekt eingehen, der in dem Zusammenhang vielleicht auch ganz interessant ist, denn um Herrn Ruschka zu zitieren, diese Rechtsprechung zu Artikel 4 bleibt ein zahnloser Tiger, wenn denn die betreffenden Personen das nicht ausreichend gelten machen können und über entsprechende Rechtsschutzgarantien verfügen. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht ganz interessant, auch ein aktuell anhängiges Verfahren, wiederum vom Bundesverwaltungsgericht hinzuweisen, in dem es um die Frage geht, in den Fällen, wo die betroffene Person vor Ablehnung des Antrags als unzulässig nicht angehört worden ist, darf sozusagen in Anwendung von Artikel 46 Verwaltungsverfahrensgesetz dieser Verfahrensmangel als unerheblich betrachtet werden. Wie Sie wissen, sieht das Unionsrecht, die Verfahrensrichtlinie ausdrücklich eine Anhörungspflicht auch in diesen Fällen vor, mit einem abschließenden Ausnahmekatalog und in einem parallel gelagerten Fall zur Dublin-Verordnung hat das Bundesverfassungsgericht ja Bedenken angemeldet, ob es unionsrechtskonform ist, wenn man Artikel 46 in solchen Situationen anwendet, da das zu einer Umgehung des Effetil dieses Anhörungsgebots führen könnte. Das Bundesverwaltungsgericht schließt sich eher wohl der Auffassung der Bundesregierung an, dass das unproblematisch sei, weil das ja eine bewundene Entscheidung ist im deutschen Recht. Eine umfassende Amtsermittlungspflicht besteht und die betroffene Person ja im gerichtlichen Verfahren Möglichkeit hätte vorzutragen. Der Kläger sieht es etwas anders und betrifft sich darauf, dass besondere Garantien vorgesehen sind für die Anhörung vor den Verwaltungsbehörden und die betroffene Person ja zum Teil auch gar nicht weiß, worauf sie sich jetzt genau berufen muss und innerhalb der sehr kurzen Klagefrist auch wohl de facto das sehr schwierig wird zum Teil. Die Schlussanträge sind für März zu erwarten und von daher werden wir mal sehen, was der Gerichtshof dazu entscheidet. Allgemein und das hat jetzt gar nichts mit dem Vorweg zu tun, allgemein geht die Rechtsprechung zu einer systematischen Stärkung des effektiven Rechtsschutzes und Artikel 47 der Charta und zwar zum einen was die Rechte der Einzelnen betrifft, insbesondere sich im Rahmen eines solchen Verfahrens auf Verfahrensfehler auf den Ablauf der Fristen zum Beispiel nach Dublin und so weiter zu berufen, zum anderen aber auch indem er versucht, die Position der nationalen Gerichte mit diesem Verfahren zu stärken und das insbesondere in den Ländern in denen derzeit versucht wird durch die Exekutive die sozusagen die rechtskonforme Ansendung der unionsrechtlichen Vorgaben möglichst zu unterminieren Wir hatten kürzlich einen Fall aus Ungarn nicht ganz überraschen in dem es darum ging Ungarn hat eine Justizreform durchgeführt die dazu geführt hat dass der Verwaltungsrichter der nicht mehr die Möglichkeit hat die Vorgaben seines Urteils dann auch wirklich durchgesetzt zu sehen also selbst wenn er festgestellt hat dass die treffende Person Flüchtlingsstatus erhalten muss die Voraussetzung erfüllt hat 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 keinerlei Möglichkeiten mehr wenn die Verwaltung und die Verwaltung weigert sich das durchzusetzen sodass es immer wieder zu einem Pingpong kommt also er entscheidet die Verwaltung sagt wieder nein und der entscheidet wieder und die Verwaltung sagt wieder nein und das geht ein paar Mal so hin und her und da hat der Gerichtshof gesagt zwar sind die Mitgliedstaaten grundsätzlich frei auszugestalten wie das Ganze im Einzelnen funktionieren soll in Verfahrensautonomie aber dafür gibt es Grenzen wenn eben die wenn Artikel also der Wesensverhalt in Artikel 47 berührt ist und das sah er hier sodass er dem Richter hier sozusagen unionsrechtlich die die Möglichkeit an die Hand gegeben hat sich über sein nationales Recht hinwegzusetzen und die Sache durch zu entscheiden wobei man sagen muss es gibt sehr viele Vorlagen im Moment wohl ungarischer als auch Gerichte aus anderen Mitgliedstaaten Bulgarien und so weiter und es macht halt schon Mut zu sehen wie viel Zivilcourage die nationalen Gerichte und Richter versuchen sich gegen gewisse Tendenzen im eigenen Mitgliedstaat zu wehren und das mit Sicherheit obwohl es ihre Karriere nicht förderlich sein wird wir haben im Moment noch mehrere Fälle gegen Ungarn anhängig und man wird sehen wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin froh dass meine Stimme Ich habe die anderen gesehen und dann schauen wir weiter Also beim Fußball sagt man die Wahrheit liegt auf dem Platz und das heißt die Praxis zählt konkrete Fragen an Herrn Geier und Frau Rüth Grenzverfahren in Hotspots Wie will die Europäische Kommission Rechtsschutz sicherstellen Ich denke an die konkrete Situation in Moria und den griechischen Inseln So wie sie eine große Konzentration haben von Menschen gibt es ein Problem Frage an Sie Sie sind ja nicht zuständig weil es ist ja Teil des EU Türkei Deals von daher können Sie ja ganz offen reden Ja weil es ist ja ausgehebelt worden Was würde Artikel 47 mal rein theoretisch vorausgesetzt der Kollege würde was schreiben bedeuten zum Thema effektiver Rechtsschutz Zweite Frage auch an Sie Herrn Geier wenn Sie sehr viel prüfen was ja der Vorschlag des Innenministeriums ist Herr Weinbrenner ist nachher auf dem Podium auch die Fragen die umstritten sind Identität und und so weiter Wie will man dann ein zügiges Verfahren gewährleisten Dritte Frage Irgendwann nach einer Verteilung Sie haben es ja angesprochen soziale Lage Konkrete Frage mal brutal formuliert In osteuropäischen Staaten können Sie keinen Flüchtling hinverteilen der nicht europäisch dunkle Hautfarbe hat Kann man ja schlecht in europäischen Normen regeln Rassismus ist ein kein Verteilkriterium Wo kommen wir dahin geht ja nicht Aber es ist die Realität und das geht ja nicht nur versorgen sondern Fuß fassen Wie wollen Sie das lösen und ich sehe die Planspiele die DAPLIN 3 Verordnung die pro asyl politisch kritisiert Tabula rasa zu machen aber sie garantiert Rechte So Wie wollen Sie es kommt zur kompletten Neurevision Rechte Rechtsschutz Standards gewährleisten wo wir jetzt schon das Problem haben dass Sie EuGH und viele Gerichte sie so interpretieren dass Recht gestärkt wird Also das ist so die Frage nach der Praxis wie soll es theoretisch laufen wie soll es praktisch laufen wie ist Rechtsschutz an der Grenze gewährleistet wie ist er nach einer Verteilung gewährleistet das war's Bemerkung zu Ibrahim Jawor man kann das auch anders lesen nämlich als Einladung für einige Mitgliedstaaten beim Race to the Bottom weiterzumachen das war konsequent einschließlich der Rechtsfolgen bei tatsächlichem Verstoß dass man Menschen nicht in eine menschenrechtswidrige Lage schicken kann dass das mit einem Zuständigkeitsübergang verbunden sein muss wäre zumindest einer kurzen Begründung wert und würdig gewesen die nicht geleistet worden ist weitere die Konsequenz ist dass jetzt jede Verwaltungsrichtung das ist vielleicht eine gute Konsequenz aber vielleicht für die EU keine schöne Konsequenz dass jetzt jeder Mitgliedstaat unter der Beobachtung der Gerichte steht ob da menschenwürdige Zustände sind und wir haben ja gehört wir haben in der Bundesrepublik Deutschland auch 680.000 Personen ohne Wohnung also es gibt kein System was perfekt ist und dafür sind möglicherweise die Jawo Ibrahim Standards immer noch viel zu ungenau um genau im Einzelfall nie auszuschließende soziale Mängel Personen die durch das Netz fallen sind ja bilden ja auch ein Problem das Bundesverfassungsgericht bei seiner Sanktionen Entscheidung SGB II hatten irgendwie zu bewältigen sie koppeln individuelle Schicksale von einer menschenrechtlichen Perspektive mit Strukturentscheidungen für beides gibt es gute Gründe nur beides gleichzeitig geht aus meiner Sicht nur sehr schwer nächste Bemerkung sie haben die Verstärkung des Rechtsschutzes in einem Satz mit Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten genannt ich habe nichts gegen eine Stärkung von Verfahrensrechten ich meine nur dass der EuGH statt möglicherweise detaillierte Einzelschritte vorzugeben was die Mitgliedstaaten so haben sich zur Schonung der Verfahrensautonomie Mitgliedstaaten auf Schutzziele was soll eigentlich gewährleistet werden damit welche Rechtsgüter welche Rechte des Einzelnen sollen eigentlich im Ergebnis geschützt werden dahinter steckt die Frage dient Rechtsschutz materiellen Rechten oder der Verwirklichung von Verfahrensrechten welche Funktion hat Verfahrensrecht das hat auch Konsequenzen zur Frage ob man durchentscheiden kann oder ob man dieses Pingpong Spiel macht das deutsche System kennt das durchentscheiden weil es aus materiellen System anstellt wie stärker wir Verfahrensrechte verselbstständigen müssen wir uns davon verabschieden führt zu einem anderen möglicherweise aus meiner Sicht nicht effektiveren Rechtsschutz aber wäre die Konsequenz nur beide Systeme permanent zu mischen bringt eine Sprengkraft in die nationalen Rechtsordnungen die natürlich weil wir alles aus europäischer Perspektive betrachten systematisch ausgeblendet wird dann aber bitte unterlassen Sie Hinweise auf die Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten Vielen Dank Heiko Haber Kirchliche Beratungsstelle Fluchtpunkt in Hamburg ich habe eine etwas melancholische Anmerkung zu Herrn Geier und zwei Anmerkungen zu Frau Rüth Florian ich habe mir den Mission Letter mal gezogen und habe die Suchfunktion drüber laufen lassen und ich finde in diesem Mission Letter die Worte Human Rights Fundamental Rights nullmal den Global Compact on Migration nullmal das Wort Refugees einmal das Wort Protect Protection finde ich viermal davon einmal im Kontext International Protection und dreimal im Kontext dass die Europäer zu schützen sind dass der europäische Way of Life zu schützen ist ich finde dreimal Worte wie Fight and Tackle also angreifende Worte ich finde viermal das Wort Return abschieben ich sehe eine abwehrende eine teils aggressive eine jedenfalls nicht den Schutz der Betroffenen betonende Sprache in diesem Mission Letter und ich frage mich welche Lösungen sucht man im Geist einer solchen Sprache und was wir bisher kennen Günter Burkhardt hat schon angesprochen sind Vorschläge für Abfanglager an den Außengrenzen für Inhaftierung für Schnellverfahren für alles was in Griechenland seit Jahren nicht funktioniert trotz aller Bekundungen der EU man wolle das nach allen Kräften unterstützen nicht funktioniert ich frage mich was wird denn da jetzt rauskommen bei diesen Verhandlungen und zu Frau Rüth Sie haben das Stichwort zahnloser Tiger selbst erwähnt wenn man sich die Jawohl und die Ibrahim Entscheidung anguckt dann ist das ja ein merkwürdiges Missverhältnis zwischen der abstrakten Schwelle die da formuliert wird die unglaublich hochgelegt wird eine existenzielle Notlage aus der man sich nicht selber befreien kann wenn dann die konkreten Beispiele kommen dann ist es einigermaßen überraschend dass man liest Obdachlosigkeit nicht in der Lage sich zu ernähren nicht in der Lage sich zu waschen wo man denkt ja das ist alltäglich das kommt ständig vor in bestimmten Mitgliedstaaten ich will ein Beispiel auch gerne sagen wir haben im Dezember also nach diesen Urteilen ein Eilverfahren geführt in Hamburg über einen epilepsiekranken Tunesier mit Abschiebung unter Dublin nach Italien wir haben im Eilverfahren genau geltend gemacht dass der besondere Schutzbedürfnisse hat der AR-Antrag ist abgelehnt worden zwei Tage später meldet der Klient sich aus Italien und schickt Fotos von der Straßenunterführung in der er jetzt an einer Säule schläft und berichtet dass er keine Geldmittel hat und wir haben dann tagelang versucht von Deutschland aus zu organisieren dass er wenigstens seine Medikamente bekommt auch das ist nicht gelungen also die Realität ist dass die Leute genau in diese Löcher fallen die Realität im Gerichtsverfahren ist dass aus diesen Maßstäben nun noch höhere Schranken geschraubt werden um ihnen eben keinen rechtlichen Schutz zusprechen zu müssen man hat begierig in der deutschen Verwaltungsrechtsprechung da wo wir es beobachten können die Stichworte extreme materielle Notlage und Sozialhilfe Verweigerung reicht nicht aufgegriffen das ist das was im Moment aus diesem Urteil gemacht wird und eine konkrete Frage Sie haben das Urteil Hamid und Omar angesprochen und da ist für mich noch die Frage was folgt denn nun daraus dass die Nicht-Zurückweisung als unzulässig beim Schutzberechtigten verboten wird der EuGH geht in dem Urteil am Ende ausdrücklich davon aus dass man wohl ein neues Asylverfahren führen müsste um den Schutz im neuen Mitgliedstaat zu ermöglichen ich lese das unausgesprochen so dass ein solches Verfahren wohl auch geführt werden soll die Frage ist aber nach der deutschen Prozessrechtsordnung als volles Asylverfahren als Folgeverfahren mit der Folge dass er seine Fluchtgründe ja gar nicht mehr anmelden kann unter Umständen auch mit der Möglichkeit einer vollständigen Ablehnung und Abschiebungsandrohung in den Herkunftsstaat also das ist meine ich noch nicht zu Ende gedacht da würde mich einfach interessieren wie Sie das sehen gut dann fange ich mal an und ich fange vielleicht an mit dem Heiko was du am Ende aufgegriffen hast also die Sprache ich denke das mit der Sprache ist eine Sache die in der Tat auch das Parlament aufgegriffen hat und das war ja gerade also der Name der Titel das politische Headline Objective das Frau von der Leyen unter unserem quasi Punkt Inneres und Migration und Asylgesetz war ja Protecting the European Way of Life also den Schutz dessen was unsere Europa ausmacht und das hat zu großer Debatte geführt im Parlament weil genau das Gefühl entstand das ist ein Abwehr das ist ein Titel der durch Abwehr Bedrohung mit einhergeht und das war einer der Gründe weswegen und das war auch wenn vielleicht nicht so gemeint das war eben das Gefühl dass es das beinhalten würde wir gegen dir und Migration und alle Dinge mit denen wir uns beschäftigen sind Bedrohung das waren dann auch die Konsequenz die Frau von der Leyen gezogen hat war dass sie den Titel für den Vizepräsidenten der dafür zuständig ist geändert hat auch als Bebeugung vor dem Parlament und ein Promoting the European way of life daraus gemacht hat also wir schützen jetzt nicht mehr den europäischen Weg wie wir leben sondern wir wollen ihn fördern und vorantreiben gleichzeitig muss man auch sehen in ihrem Brief also in ihren Political Guidelines von Juli hat sie geschrieben gerade in unseren Themen Europa wird seinen Werten immer treu bleiben und Menschen die vor Verfolgung oder Krieg flüchten die Hand reichen das ist unsere moralische Pflicht da kann man natürlich sagen es ist aber auch Recht und Gesetz das ist nämlich nur eine moralische Pflicht das heißt man kann immer die Worte suchen die existieren die nicht existieren zu der Zeit zu dem die Mission letztens geschrieben worden sind war das Personal schon da aber das sind ja Entwicklungen die weitergehen und gerade das was ich gesagt hatte dass es unserer neuen Kommissar gerade um diesen Aspekt auf der Sprache geht gibt es noch ein bisschen Zeit also vielleicht werden so Wörter wie Migration Flows und die Wellen von Bewegung sind vielleicht Dinge die langsam rausfallen werden aus dem Sprachgebrauch vielleicht werden wir auch gar nicht mehr über Dublin als solches reden vielleicht wird es eine Dublin-Verordnung gar nicht mehr als Dublin-Verordnung geben sondern sie wird einen ganz anderen Namen tragen natürlich du sagst da ist es mehr als nur Wortspielerei da sind ja auch Dinge dann dahinter wenn man das schreibt und immer nur auf Abwehr und auf Schutz und auf Zurückweisung schaut dann ist das der Geist der dahinter ist ich denke nicht dass das bei Frau von der Leyen und bei der Kommissarin und der neuen Kommission der Fall ist wie gesagt schauen wir was kommt und was wirklich dann drin ist und dann reden wir über die Worte weiter über das was Sie angesprochen haben Frau Sün da sind ja verschiedene Dinge drin also da war zum einen die Frage wie können wir den Rechtsschutz an den Grenzen gewährleisten auch davor und danach Situation in Moria und wie kann wenn das Ziel ist sozusagen Grenzverfahren durchzuführen den Rechtsschutz an den Grenzen wie tief und wie schnell kann man gehen das werden genau die Fragen sein die die wir behandeln werden müssen und die man auch schauen will ich meine für das neue Verfahren wenn es dazu käme dass eben das systematische Grenzschutzverfahren an den Außengrenzen durchgeführt werden EU-Türkei Abkommen und die Situation in Griechenland wissen wir hier wie die Lage ist alle wir sehen dass es ein riesen Problem ist wir sehen aber auch dass im Grunde aus der rückgeführt unter dem EU-Türkei unter der EU-Türkei Erklärung gegen den Willen des Betroffenen nach in die Türkei wurde eigentlich noch niemand in den letzten drei Jahren das heißt alles was an Rückführungen stattgefunden hat waren im Grunde freiwillige Rückkehr und das ist ja gerade das Problem dass es noch nicht funktioniert dass die EU-Türkei Abkommen dazu komme ich jetzt aber gleich weil der Effekt weil der Rechtsschutz ist ja da um zu gewährleisten dass nicht Dinge passieren die rechtswidrig sind aber der Rechtsschutz der findet ja statt in Griechenland der findet statt auf dem Papier also alles was was wir geschrieben haben wie das EU-Türkei Abkommen funktionieren kann setzt voraus dass Rechtsschutz gewährleistet ist und wenn dieser Rechtsschutz nicht gewährleistet ist kann es nicht zur Rückführung kommen gegen den Willen der Betroffenen und es kommt auch nicht zur Rückführung gegen den Willen der Betroffenen das liegt aber nicht daran dass der Rechtsschutz funktioniert der Rechtsschutz ist ein riesen Problem in Griechenland aber er hat nicht den Effekt dessen dass es eben zu rechtswidrigen Abschiebungen gekommen ist die Griechen versuchen seit Jahren das System unter Kontrolle zu bekommen die neue griechische Regierung hat jetzt ein neues Gesetz aufgelegt in dem sie sagt der Backlog ich weiß gar nicht das 60.000 Fälle Asylverfahren die hängen die wo Interviews angesetzt sind für 2023 oder sonst irgendwas also es ist es ist überhaupt nicht gut aber die Kommission kann außerdem was sie finanziell operationell durch die Agentur durch unsere Anwesenheit vor Ort wir können nicht noch nicht wer weiß die Zuständigkeit der Griechen für das Asylverfahren für die Asylentscheidung für griechische Gerichte wir können die nicht wegnehmen das heißt wir hängen in diesem Dilemma und alle Dinge die man neu überlegt werden mit diesem Praxistest den wir ja schon in den letzten drei Jahren sehen sich auseinandersetzen müssen weil wieder nur irgendwas auf Papier zu schreiben was dann nicht funktionieren wird kann auch nicht die Lösung sein weil das jeder sieht dass es nicht funktioniert also es wird darüber hinaus gehen müssen und es wird die Erfahrungen die wir haben berücksichtigen müssen so viel unbefriedigendes was ich Ihnen sagen kann ich kann mich da auch nicht ich kann ja wirklich nicht sagen dass es schon unserer Seite aus geregelt werden könnte wirklich in der Praxis dass man wirklich von der IGH-Seite effektiven Rechtsschutz tatsächlich in jedem Fall selbst außerhalb des Utapitaldeals garantieren kann ist mit Sicherheit nicht so bei den Hotspots also ich meine so wie es derzeit organisiert ist kann man zwar Prinzipien aufstellen aber wenn zum Beispiel das personell nicht entsprechend dafür tritt in den betreffenden Mitgliedstaaten und solange das System so ist wie es ist ist es natürlich ja zwischen wiederum Fall zwischen Anspruch und Wirklichkeit leider eine Diskrepanz ist und da brauchen wir von dem EU-Türkei-Deal noch nicht mal zu reden was Ibrahim betrifft natürlich gibt es verschiedene Lesarten des Urteils und wie man das gerade möchte kann man sich jeweils das raussuchen was man mag das ist bei vielen unserer Urteilen so insbesondere bei großen Kammerentscheidungen denn wie ich ja gesagt habe ist das kein homogener Spruchkörper wo wir jetzt alle uns so lieb haben alle einer Meinung sind sondern in so einem Urteil von sehr unterschiedlichen Positionen zum Ausdruck Kompromiss es gibt keine Dissenten Opinion das heißt die 15 müssen sich irgendwie zusammenraufen und das Ergebnis ist vielleicht nicht immer aus aller Sicht zufriedenstellend der Test ist der Test aus Straßburg und natürlich hat der Gerichtshof im letzten Teil immer wieder sozusagen die Message gesendet also Achtung wir wollen jetzt nicht dass ihr einfach so mehr oder weniger pauschal sagt wir führen nicht mehr nach Italien zum Beispiel zurück sondern es soll eine Einzelverprüfung geben also der Umstand dass es eben kein Sozialsystem gibt und das und so weiter dass die Sprachkurse nicht ausreichend gesichert sind das ist für sich aus nicht ausreichend allerdings steht da eben schon drin also wenn es denn eine Situation extremer Armut gibt und Prekarität die dazu führt dass die Person eben nicht mehr sich ausreichend und wir haben natürlich wir sehen diese Fälle auch also das haben hier die Akten das ist eben dass die Menschen unter der Brücke schlafen hungern und ja in diesen Fällen ist eigentlich meiner Ansicht nach der Test ja durchaus erfüllt aber das ist dann eben die Sache der Anwendung nicht die Sache der sozusagen des Tests an sich zu der Kritik dass der Gerichtshof Ibrahim etwas dazu hätte sagen sollen nochmal spezifisch auch die deutsche Situation warum denn Deutschland einen Antrag nicht als unzulässig abweisen darf obwohl es doch in Deutschland ein Abschiebeverbot gibt wir werden wissen dass eben dieser Beschluss Hamid und Oma darauf zurückgeht dass das Bundesverwaltungsgericht sich entschieden hat diese spezifische Frage eben nicht zurückzuziehen und der Gerichtshof also in diesem Beschluss nochmal ganz spezifisch mit Blick auf Deutschland da eine Begründung nachgeschoben hat und ich eben ausgeführt habe gesagt hat also die Ratio oder die Berechtigung dieser Befugnis um einen Antrag als unzulässig abzuweisen auf Grundlage von Artikel 33 1 3 der Verfahrensordnung liegt eben darin dass es auf dem Grundsatz beruht dass eben in einem anderen Mitgliedstaat zumindest die Menschenwürde also zumindest Artikel 1 und Artikel 4 der Charta als unabdingbares Minimum gewährleistet ist und wenn wir eben sehen dass es das nicht ist dann kann man sich eben auch im Umkehrschluss nicht auf diese Befugnis berufen also es geht eben nicht nur darum dass ich nicht abschieben kann das ist natürlich aus dieser Ecke kommt dieser Rechtsprechung aber es geht eben schon auch darum was kommt denn dann und je nachdem wie lange nicht wieder zurück also abgeschoben werden kann in den betreffenden Mitgliedstaat ist das für die Person ja dann durchaus selbst wenn sie einen humanitären Aufenthaltstitel hat nicht das gleiche als wenn sie eben in Deutschland den Flüchtlingsstatus bekommen kann und de facto wird dieser Person ansonsten in der Zeit bis sie denn wieder nach Bulgarien zurückkehren kann wenn sie das irgendwann mal tun kann wird sie ihr in rechtswidriger Weise der Flüchtlingsstatus vorenthalten und das kann natürlich der UGH nicht einfach so mittragen dass das natürlich aus rein deutscher Sicht anders gesehen wird kann ich nachvollziehen aber wir entscheiden ja auch die Sachen nicht nur eben mit Blick auf Deutschland was auch wiederum die Verfahrensautonomie betrifft also es gibt ja mehrere Entscheidungen in dem der Gerichtshof immer wieder die Verfahrensautonomie insbesondere bei der Umsetzung unterstrichen hat und das Urteil das ich mich eben bezogen habe sagt in keiner Weise dass jetzt sozusagen der EuGH in allen Mitgliedstaaten vorgibt das durch entschieden werden muss ganz explizit sagt er das nicht er sagt nur also er sagt ihr dürft es erstmal selber regeln aber dann wenn der Wesensgehalt von Artikel 47 betroffen ist und das sieht er betroffen den sieht er betroffen wenn eben jahrelang obwohl nachgewiesener Weise eine Person die Voraussetzungen erfüllt um den Flüchtlingsstatus zu erhalten ihr der von sozusagen auf aufgrund einer grundsätzlichen politischen Entscheidung in dem betreffenden Mitgliedstaat vorenthalten wird und dass der Gerichtshof sagt in einer solchen Situation muss dann irgendwann damit ein effektiver Rechtsschutz gesichert ist gegebenenfalls das Gericht wenn es nicht anders geht sich eben auch über die verfahrensrechtlichen nationalen Bestimmungen hinweg setzen dürfen um eben der einzelnen Person zu ihrem Recht zu behelfen das heißt aber zumindest so wie ich es verstehe in keiner Weise dass wir damit die Verfahrensautonomie grundsätzlich gekippt haben sondern es ist eben nur sozusagen ein Korrektiv in den Fällen wo was ganz deutlich schiefläuft dann zu dem Missverhältnis natürlich gibt es und auch in dem Urteil Ibrahim und Chiavo gibt es ein gewisses Missverhältnis selbst auch in der Sprache wir haben schon über Sprache gesprochen und deren Wichtigkeit aber im Endeffekt ist es halt eben die Frage und das wird die Zeit zeigen was die nationalen Gerichte aus den Entscheidungen machen ich denke dass sie durchaus so vernünftig angewendet werden können dass sie eben das was damit bezweckt ist nämlich ein Korrektiv zu sein für Fälle in denen eben Verelendung droht in dem Zielstaat zu verhindern wie schon gesagt habe eine Lösung ist es eine wirkliche Lösung ist es allerdings nicht ich habe Entschuldigung genau ja das haben wir unterstrichen also dass Deutschland darf nicht als unzulässig zurückweisen das heißt also es muss grundsätzlich erstmal das Verfahren also das heißt den negativ beschiedenen Antrag also das Verfahren das zu dem negativ beschiedenen Antrag geführt hat weiter führen mehr steht dazu in dem Beschluss nicht drin logischerweise bedeutet das also beziehungsweise wie ich es verstehe bedeutet das natürlich dass wenn andere Gründe vorliegen den Antrag zurückzuweisen auch gegebenenfalls andere Unverlässigkeitsgründe dass die eben durchaus zum tragen kommen können aber mehr oder weniger ist die Zurückweisung als unzulässig jetzt ins Unreine gesprochen als verfahrensrechtlich in den einzelnen Mitgliedstaaten behandelt wird das ist eine andere Sache aber ins Unreine gesprochen verfahrensrechtlich ist diese Zurückweisung als unzulässig als nicht existent zum Antrag Ja also da wir schon deutlich über die Zeit sind muss leider die zweite Fragerunde abbrechen mich nochmal beim Podium bedanken oder bei den Referenten bei der Referentin und dem Referenten vielen Dank für den Vortrag es gibt für alles im Nachmittag noch Foren in denen das weiter diskutiert werden kann die Personen sind auch noch da das heißt wir haben hier durchaus die Möglichkeit das auch weiter zu diskutieren weil da gibt es ja doch noch einiges zu sagen also vielen Dank nochmal